Das ist ein Secret, oder? Okay, wir haben sechs Schalter und keine Ahnung, wie ich die schalten soll, weißt? Jetzt muss ich mal kurz anders hinsetzen. Ich sitze hier sehr unbequem so. Ich bräuchte mal so einen richtigen Chefsessel, das wär geil. Ich hatte mal einen, aber... Ewig her und der ist kaputt. Was macht diese Schalter? Okay, ich kann nicht wieder nach oben, aber ich hätt' gern noch die Gesundheit. Kann ich die Türe dazu machen? Scheinbar nicht. Oder ich bin nicht nah genug dran. Okay, jetzt sind sie alle aus. Ach Gott. Äh, ist gut, dass die Gegner am Alien-Breathe irgendwas Doom-mäßig sind. Hä? Dass die Gegner am Alien-Breathe irgendwie Doom-mäßig sind? Ach, ich weiß nicht. Ich finde das Look schon gut. Okay, das Rätsel werde ich, glaube ich, nicht lösen. Ich werde auch die Gesundheit da oben jetzt nicht mehr holen können. Sehr gut. Vielleicht im Projekt Osiris. Vielleicht wird's mir dann klarer. Ich bin mir nicht sicher. Okay, immer schön zwischenspringen. Für den Fall ist alles explodiert. In the computer room, I try to call up a map or blueprint or anything to tell me where I ought to be heading. The only plans I can access from this terminal, however, some schematics for the sewer system, oh God. Porting over them, I find a possible route. There's a waste outlet I can reach from my current location, which seems to lead further into the complex. Unfortunately, the seamers are partly floated most of the time and flushing so high, thick, deep. So it is not my idea fun. It seems to be the only way forward, so and retreat into the infested passage behind me is an even less inviting prospect. Also, es sieht auch nicht so wirklich aus. Also, die Gegner sehen nicht wirklich aus wie Doom-Gegner. Ich meine... Ach, man kann keine Emulsion mehr mitnehmen, wenn man Maximum hat. Okay. Also, es liegt auch daran, dass Doom halt bessere Grafik hatte. Oh, das hat schon Wassereffekte, du. 95 kam das raus. So, bevor ich jetzt ins tiefe Loch gehe. Jetzt wollte ich gerade mit E. Kann ich da überhaupt rein? Ach, da ist eine Treppe. Oh. Oh, Wassereffekt, du, hä? Ja, leckst mich doch im Arsch. Kann ich ja sticken. Okay, wir haben schon mal den Unterwassereffekt. Ja, das hatte das Doom. Hatte Doom unter Wasser? Ich glaube, Doom hatte gar kein Unterwasser. Nee, Doom hatte kein Unterwasser. Diese L, seit es begann, fliege eine Monsterkürfe aus Doom. Kaku-Demo. Ja, gut. Gab es die in einem Alien-Brit-Teil? Ich weiß nicht, was es in Assault gab. Weil Assault konnte ich ja nicht spielen. Ich habe es wirklich versucht. Gab es davon nicht auch eine DOS-Version? Hm. Ich habe es wirklich versucht, aber... Hm. Gab es nicht irgend so schwebende Köpfe? Äh. Das ist ein bisschen pixelig. Das müsste... Und es gibt Secrets. Und ich werde sie nicht alle finden, weil... Vielleicht ein Projekt aus Siris. Da werden sie ja angezeigt, aber... Weil Jeezy Doom das anzeigt. Ich weiß nicht, ob das Original-Doom das angezeigt hat. Ja, aber bis auf diese fetten, komischen Köpfe, die vielleicht tatsächlich aus Doom stammen. Ist ja doch nicht viel Doom. So, erstmal Aufzug fahren, Leute. Teleport. So ein Spiel würde ich auch irgendwie gerne mal programmieren. Kann man das verkaufen, heißt die Frage. Ich muss noch ein bisschen üben. Und mein Civ-Klon erstmal fertig machen. Ähm. Da, die Granatenplan ab. Man hat es gesehen, glaube ich. So, was bist du denn? Okay. Funktionable Waffe. Und der zweite Teil, habe ich angespielt, der wirkt halt ein bisschen unfertig. Und der soll auch so sein. Also... Ich würde wirklich, glaube ich, nur die offensichtlichen Secrets finden. Und auch die wahrscheinlich nicht alle. Hula, die Waldfee. Ne, das möchte ich noch sparen. Das sieht noch beeindruckend aus. Oh Gott, da kommt der nächste schon runter. Würde der mal sterben, bitte? Der ist zu hoch. Leute. Also von den Kugeldingern bin ich kein so Freund von. Die anderen Sachen gehen. Oh, Gesundheit. Danke. Danke. Wie reich war der Shotgun ist, ja. Ist ein bisschen schwierig zu zählen, aber hey. Der Schaden, den die Einheiten machen, ist auch in Ordnung. Die Menge an Zeug, die man findet, ist in Ordnung. Ich will nichts sagen, aber ich finde, das ist bisher recht gut gebalanced. Ich habe gelesen, das letzte Level soll ein bisschen scheiße sein, aber das... Okay. Ha, sieht ein bisschen scheiße aus, oder so. Gut, aber ich möchte das nicht auf dem 68.020er mit einem Megabyte... Was hat er denn? Ein Megabyte Chip-Ram und ein Megabyte Fast-Ram spielen. Da wird es wahrscheinlich nicht so flüssig laufen, nachdem, was ich gehört habe. Aber... Das kann man spielen. Da geht es schwer raus. Das ist ein bisschen pixelig, aber hey. Wenn das nicht stört, ne. Ja, hier ist nichts. Hier geht es einfach nur... Okay. Ach toll, jetzt muss ich wieder die Gesundheit mitnehmen. Naja, aber ich habe mich vorher wenigstens nochmal anschießen lassen. Wart mal kurz, kann ich mich auch unter Wasser? Das Belohnung darf ich gegen diesen Gegner kämpfen. Danke. Und die Munition hier mitnehmen. Was habe ich überhaupt inzwischen so munitionstechnisch? Was auch immer das hier ist, es sieht groß und beeindruckend aus. Mit coolen Unterwassereffekten. Muss man schon gesehen haben. Die Oberfläche ist nicht so beeindruckend. Kann ich unter Wasser rennen? Nee. Okay. Ich habe gesehen, davon gibt es auch einen Speedrun tatsächlich. War jetzt kranker Scheiß. Ah, das ist glaube ich nicht die Waffe, die man gegen die Viecher benutzen will. Oder ich treffe sie einfach nicht. Ich treffe das Vieh jetzt einfach nicht. Oh, ich glaube, ich ersticke doch irgendwann. Also zumindest macht er Geräusche. Wo ist denn das Vieh? Kann ich? Nein, kann ich nicht einfach so aufmachen. Okay, also. Wir drücken einfach mal die Schalter. Dann ändert sich das vielleicht. Das kann ich bestimmt aufmachen. Oder auch nicht. Nee, hier ist auch nichts. Habe ich einen Schalter übersehen? Oh Gott, ich habe ein Zeitlimit. Boah. Der Fuck. Wie meine das denn jetzt? Ist doch viel zu schnell. Was? Och. Okay. Ist ein bisschen... Aber geht. Long Place da waren. Ja, Long Place gibt es von allen alten Spielen. Gut. Geht aber schnell, du. Ja, wobei, Dune dauert auch nicht lang, ne? Schwering and sweating at the same time, I try to shake the icy water from my clothes and take my surroundings. I think I must be somewhere in the research department. The Tauk military resents I command there was always discouraged from poking the nose into matters that didn't concern them. Looking around, I catch my reefs. This place is enormous, bigger than I had thought. The purpose of this area eludes me. The cavernous rooms and winding staircases serves no immediately visible function. Stepping over the huddled body of another luckless soldier, I back up against the cold stone wall and edge over the corner. The hateful cries of the breed echoes through the dim, walled chambers. This strange place is anything but deserted. Und man startet immer noch in die falsche Richtung schauen, sehr gut. So, und hin und wieder clippt da was durch. Ich weiß nicht, ob das das Spiel ist, oder? Grün, okay, ich brauche eine grüne Keycard. Kann hier vier Keycards haben? Leck mich. Hat er das nicht auch einen Level-Editor? Also der zweite Teil hat auf jeden Fall ein Level-Editor. Da gab es auch extra Level nochmal irgendwann dafür, die man gratis runterladen kann. Okay, die Viecher halten einfach nicht so viel aus. Diese braunen, runden Dinger. Jetzt habe ich keine Fußschritte mehr. Jetzt höre ich keine mehr. Ach, eine Keycard, okay. Da brauche ich Rot. Ah. Okay. Ich bin wieder zurück. Shotgun regelt. In der Regel tatsächlich halbwegs bei den nicht so mächtigen Gegnern. Da komme ich da hoch. Nee, springen konnte ich noch nicht. Ich glaube, der Nachfolger hat auch noch keinen Spring. Den konnte ich aber auch gar nicht von der Festplatte erzeugen. Einfach vorhanden reinschießen. Okay, die fliegenden Dinger sind glaube ich schon ein bisschen aus Dunkelklaut, aber sonst, muss ich sagen, kann man anbieten als... Hier ist irgendwas mit der Wand nicht richtig. Es hat nicht die Gegnermengen aus Doom. Und es hat halt auch keine Nahkampfwaffe. Das heißt, im Falle der Fälle ist man halt gearrscht. Wie schon in Testament. Oder nein, Testament kam erst danach raus. Hast du bitte mal sterben? Danke. Das ist nur, der hat mich schon mitgenommen. Natürlich. Wo komme ich da irgendwie hoch? Da wird irgendwelche Munition eingesammelt. Ja, mein Spiel. Wobei, pixelig. Pixel-Loom. Ah, ich weiß, wie ich glaube, ob ich hochkomme. Also erstmal zurück. Dafür hat das Spiel auch weniger... Hm, wobei... Schwierig. Aber tatsächlich nicht schlecht. Also, klar, wie gesagt, pixelig. Und dass man halt die... Maussteuerung nicht einstellen kann. So ein bisschen... Also, keine vernünftige Maussteuerung. Da ist eine gelbe Tür. Oh, die Gegner sind ein bisschen scheiße. Äh, man trifft sie nicht so wirklich. Hast du ein bisschen kacke gemacht. Die Gegner wirken halt auch so... Schon so ein bisschen, als hätte man die aus Dunkel klaut. Weiß auch nicht. So, hinten geht's noch lang. Für noch einmal Gesundheit. Ist hier noch was? Nein. Hier, wie gesagt, es gibt noch Projekto-Series, dass wir die auch mal spielen. Dann hat man das nochmal in besserer Grafik. Er konnte es nicht hundert... ...prozentig nachbauen, hat er gemeint, weil... ...DOOM-Dinger ja... ...DOOM-Nachbauen und... ...das, wie gesagt... ...so krasse Sachen wie harte, wie echte Räume überräumen. Ist doch noch einer rumgedappt. Wo sind die denn jetzt hin? Die einfach manchmal hier rumlaufen. Und das ist auch was, was ich mag. Dass die Gegner nicht irgendwie plötzlich spawnen oder dann zwei Millionen Wände runterfahren und dann... ...sind ja plötzlich wieder Gegner, wie es in Doom ist. Nein, das teleportiert mich wahrscheinlich zurück zum Anfang. Nein, das teleportiert mich... ...zurück nach da. Okay. Also das war das hier. Und eine Karte fehlt irgendwie. Also zumindest habe ich keine Taste gefunden, mit der ich eine Karte öffnen könnte. Halten die jetzt mehr aus und langsam? Was soll denn das? Können die das nicht einfach mehr aushalten? Was soll der Scheiß? Ja, okay. Die Gegner passen nicht hundertprozentig auf die vorherigen Alien-Pri-Teile. Aber das macht ja nix. Okay. Die Meep ist jetzt schon echt langsam groß. Okay, wir nehmen den Granatwaffe ab sofort für die Viecher. Da habe ich leider nicht so viel Munition. Granatwaffe, so ein bisschen die Überwaffe... Okay, diese fliegenden Viecher da triffst du echt schlecht, sage ich mal. Okay, hier ist Zeug. Das muss man irgendwie runterbekommen können. Bin ich mir sicher. Ich frage es nur wieder, wie. Vielleicht ist da irgendwo noch ein Knopf. Nein. Gibt kein Knopf. Und es ist schade, es ist keine Musik. Also es gibt Musik, aber nur in der CD32-Version. Die ich laden wollte. Beziehungsweise sie lädt bis zu den Passport-Eingaben. Dann friert alles ein. Und ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Okay, was auch immer hier ist. Ich komme von hier aus nicht zum Secret. Okay. Hier ist nix. Ich muss sagen, die Möp hier ist echt langsam verdammt groß. Habe ich so nicht erwartet. Achso, das ist der andere Eingang. Okay. Ach, die haben auch eine andere Farbe. Holla. Andere Farbe ist natürlich ein neuer Gegner. Das ist allgemein bekannt.